Hier gibt es ganz unten auf 1 im Treppenhaus, drüben ist der Gästservice, hier haben wir den Gästservice, schöne Sitzecke, das ist im Atrium, in der Mitte, genau, und hier haben wir die Rezeption. Hier kann man dann das Tringgeld heruntersetzen, was man mag, oder man kann hier verschiedene Sachen machen, super schön, Future-Poses. Vielen Dank.